Die Deforestation ist etwas, das die ganze Welt umgekehrt werden muss. Und ohne Biodiversität gibt es wirklich keine Frage, ob die Menschen sich selbst überleben können oder ob wir es sogar noch nicht können. Topher White ist ein Naturschützer, der innovative Technologie einsetzt, um die Wälder der Erde für künftige Generationen zu erhalten. Seine Mission ist die Rettung des Regenwaldes, der Lunge unseres Planeten, Lebensraum von mehr als 50 Millionen Arten. Die Hälfte der Regenwälder weltweit wurden seit den 1960er Jahren zerstört. Manche sagen, der Amazonas-Regenwald könnte in etwas mehr als 40 Jahren vollständig verschwunden sein. Find a way to stop what is essentially illegal destruction of their environment. Topher leistet Pionierarbeit bei einem Umweltschutzansatz, der sich gerade auf der ganzen Welt verbreitet. Und diese innovative Lösung basiert auf einer sehr einfachen Technologie. We're using cell phone technology. We're using people on the ground. We're using apps. We're using all these things that already exist. To bring it all together around a problem that nobody had thought to solve with those things before. Der sogenannte Rainforest Guardian nimmt Geräusche in natürlichen Umgebungen auf. Einschließlich die von menschlichen Aktivitäten, wie Kettensägen und Fahrzeuge. Eine KI-gestützte App analysiert dann die Audiodaten nach Hinweisen auf Waldzerstörung und sendet Echtzeitwarnungen an lokale RangerInnen, damit diese schnell handeln können. So, people that are on the ground, where there's indigenous groups, police, NGOs, they get these alerts, they're able to respond, they listen in, they know where it is, they collaborate and are able to get out there and stop it. Es ist eine Innovation, die in Zukunft verstärkt zur Bekämpfung von Rodungen und Wilderei eingesetzt wird. Und Tofa hat das perfekte Versuchslabor vor seiner Haustür, um diese Technologie zu verfeinern. Das Gerät wird durch eine Reihe von Solarzellen mit Strom versorgt. Sein Design schützt es vor Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung. Und Antennen ermöglichen das Hochladen der Waldgeräusche in die Cloud. Es ist ganz einfach zu installieren, wenn man auf Bäume klettern kann, die fast 100 Meter hoch sind. Aber das ist ziemlich hoch genug für uns, dass wir eine dieser Gäste anziehen können. Und auch jetzt, wenn du kalt bist, kannst du die Bärchen hören. Du kannst das Wälder in den Bäumen hören, du kannst das Wälder in den Bäumen hören, du kannst das Wälder in der Distanz hören. Das ist das, was wir versuchen, zu machen. Wir haben diese Sounde, verstehen die Kraft, wenn wir nicht mehr da sind. Die Geräte sind die Ohren der RangerInnen auf dem ganzen Planeten. Sie wurden an zehn Standorten installiert, die 6000 Quadratkilometer Regenwald umfassen und vier Milliarden Bäume. Doch intelligente Abhörgeräte versprechen nicht nur mehr Hoffnung für die Zukunft des Planeten. Sie revolutionieren auch die Umweltwissenschaft. Durch die Erfassung und Analyse von Audiodaten, bekannt als Bioakustik. Bioakustik, angetrieben durch KI, bedeutet, dass Forschende das Verhalten und die Artenvielfalt auf eine höher entwickelte und effektivere Weise als je zuvor untersuchen können. Es erschließt neue Möglichkeiten, gefährdete Arten zu erhalten. Und das ist wirklich spannend für mich. Was sind die Wälder, in denen das Sitzung in unserer Natur uns über Dinge, die wir nie gedacht haben, dass wir da sind. Dinge, die wir nie zu hören haben, die wir nie zu hören haben. Die Mysterien der Natur, die von uns aus uns geblieben sind.